Du bist da irgendwo, oder? Such mich doch! So kommt er mich nicht suchen! Was kommt der denn von hinten? Ja, und ich mache... Okay, der Große bewegt sich nicht weg vom Tor. Also wie gesagt, ich weiß nicht was heute früh das Problem war. Ich hatte nur Discord offen und mein Internet, weil ich ja das Passwort ändern musste, das eine. Und wenn ich einen Speedtest gemacht habe, war alles in Ordnung. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung. Du hast hier nichts zu suchen. Ich habe den gar nicht gesehen, Chat. Oh, das waren gerade Reflexe. Ich habe den nicht gesehen, ich wollte einfach ins Wasser springen. Ähm... Ja, I don't know, was heute früh das Problem war. Aber ich habe auch ein Video davon gemacht. Man hat es nicht ausgehalten. Es war die ganze Zeit Roboter und wie gesagt, beim... Vom Stream an sich habe ich nichts weiter gesehen, weil ich die ganze Zeit Standbild hatte oder gar kein Bild. Also das war... Discord-Glanzleistung oder so. Wir hängen doch gleich wieder Wachen rum, oder? Wenn ich das jetzt kaputt mache... Wenn ich das jetzt kaputt mache... Auf jeden Fall wollten sie gerade an mir gucken kommen. Hast du perfekte Reflexe für Elden Ring? Bei Elden Ring... Wusstest du ja wirklich, was du ja auch meintest letztens, du musst ja wirklich die Gegner auswendig lernen. Warum ist denn jetzt schon wieder jemand da? Ich wollte doch nur gucken... Was hier... Ist... Was ich einfach nicht aufgedeckt bekomme... Über was ich tue... War... Es... Ich habe einen kleinen Abenteuer. Aufpassen. Mit den Abenteuerseiten... Wissen. Wir haben einen kleinen Abenteuer... Ja, wir haben auch einen Abenteuer, nehmen das Abenteuer. Die Abenteuerung... Was sind das? Graventreiber Ich hab auch bloß noch ein Wurfmesser Ja, und um zu wissen Wann du einen Schlag setzen kannst Ohne getötet zu werden Ja, das ist so Wo ich nicht weiß, ob ich das Ob ich das hinkriege Die beiden Wachen hier sind ja jetzt Das sind jetzt nicht mehr die Großen, ne? Warum läuft der eine jetzt hier so lang? Nein, das war gar keine Wache Was war das? Bleiben wir wachsam Ist das eine menschliche Mauer? Ich wollte eigentlich hier hoch Ob das Er ist nicht ganz tot, wenn ich den abschieße Was stehen die drei denn hier In Reihe und Glied? Was kommt denn der jetzt wieder? Ah Schleichen ist nicht immer so einfach. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Ich glaube, das war nicht der Sklaven-Treiber, zu dem ich musste. Bestimmt ist er jetzt auch mein erstes von dieser ARCQ, war da ja wieder ein Stück anders. Ich weiß halt nicht, wie auch deine Frusttoleranz ist. Tatsächlich, das liegt aber eher halt einfach an mir, nervt es mich schon teilweise, wenn ich hier eine Mission zweimal machen muss. Wobei, eigentlich, du hast hier gute Save-Points bei Assassin's Creed. Das war immer schon eigentlich echt gut. Ich muss dann nicht nochmal die ganze Mission machen. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, was überhaupt meine Taktik ist. Auf jeden Fall nicht hier. Ich habe leider das Hühnchen geteilt. Das war so nicht geplant. Warte, ist hier jetzt eine Wache unten, dass ich zum Sklaven-Treiber kann? Ne, ne? Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Ich grüße dich Reisender. Die Karawanserei ist heute reich an Waren. Hast du etwas Gutes anzubieten? Wo genau wir hin müssen? Naja, wir müssen... Ich nehme nur Daraim. Und was ich verkaufe, ist keine Ware, Junge. Obwohl das wohl darauf ankommt, wen man fragt. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Ich verkaufe Männer. Arbeiter. Aber die sind alle schon verkauft. Könnte ich dich umstimmen? Ich habe Geld und könnte derlei Männer gebrauchen. 15.000 What the fuck? Wir brauchen eine... Oder wir müssen unser Boss herauslocken. Und dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir könnten hier die Sklaventreiber ansprechen. Ähm, aber wir haben keine 15.000 Geld. Oder wir müssen diese Kiste finden, von der draußen der Händler gesprochen hat. Sklavehändler, ich würde den töten. Ja, aber ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft. Ähm... Und so... Also wir müssen den Weg finden, unseren... unseren finalen Gegner aus seinem... Verstecken. Das ist doch absurd. Wer kann diesen Preis bezahlen? Diese Frage solltest du besser für dich behalten. Und jetzt geh weiter. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Wenn ich diese Arbeiter befreien will, muss ich die Urkunde stehen. Ich bin aber geneigt zuzustellen. Ich bin aber geneigt zuzustellen. Ich bin aber geneigt zuzustellen. Ich bin aber mit dir zu sprechen. Wenn du willst, dass ich aufhöre, solltest du weiter... das interessant... Diese zwei Männer streiten sich laut, aber nicht laut genug. Wie könnte ich das steigern? Oh ja, umher den 1, 2, 2, 3, 4 ... So, von hier kriege ich den auch nicht eliminiert. Ich komme halt an dem, an der Wache nicht vorbei. Erstmal hauen wir wieder ein bisschen ab, dass wir uns nicht mehr suchen, und dann geben wir drinnen die Urkunde ab. Und dann haben wir endlich unseren Bossfight. Ich sag's, also wenn ich schleichen muss, brauche ich für die Mission immer super lang. Aber ich bin doch zu schwach, um einfach drauf zu hauen. Also ich bin hier im Kämpfen echt nicht gut. Ich krieg das nicht hin, immer richtig zu reagieren. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Hier komme ich wieder nicht hoch. Wo komme ich hoch? Hier, oder? Komme ich hier hoch? Ne, bestimmt auch nicht. Warte, wo muss ich jetzt hin? Natürlich ist hier die Tür zu. Er guckt jetzt ernsthaft hier in die Richtung? Wie soll ich den denn eliminieren? Kann mir das bitte jemand verraten? Wenn ich hier reingehe, sieht er mich doch auch. Ich habe einfach die Wand geschnitten. Ich bin, ich habe eurem Händler die Urkunde abgenommen. Ihr seid nicht länger gebunden. Geht! Die Arbeiter sind außer sich. Das wird El Khul mitbekommen. Ich muss bereit sein. Das wird El Khul nicht verborgen bleiben. Komm raus und sieh zu, Feigling. Töte mich! Das ist die Gelegenheit. Dann nein! Lass mich! Das ist die Gelegenheit. Ich bin, das sind die Gelegenheit! Die Gelegenheit! takingen Nein! Was ist das Spiel? Was habt ihr mit uns vor? Was geht da draußen vor sich? Gleich ist es vorbei. Oh Gott, verfluche dich. Wende dein Hass nach innen, Mesut. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag? Wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja. Du magst ein Verborgener sein. Aber nicht nur. Nein, nein. Oh, kommt jetzt wieder der Jhin. Jetzt stirbst du! Wenn du dich in einem Kampf befindest, kannst du mit R3 die Attentäterkonzentration auslösen, um eine perfekte Attentatssequenz auszuführen. Während die Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du mit R1 wählen, welche Gegner du angreifen willst und deine Wahl mit X bestätigen. Mit Attentaten aus dem Hinterhalt füllst du den Konzentrationsbalken wieder auf. Was ist neu? Das ist unsere Freundin! Da war unsere Freundin. Komm zu Sinnen! Die hartnäckige Suche El Khuls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges. Nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El Khuls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit?